So, da bin ich wieder, heute mal wieder mit einem Coin-Video. Wir schauen uns heute Xaver an und das dazugehörige Launchpad. Wir schauen uns das Launchpad nämlich heute ganz genau an, wie das mit den Tokensales funktioniert, wie das mit den Airdrops funktioniert, was man beachten muss, was man staken muss etc. Das werde ich euch heute alles zeigen. Also, starten wir ins Video. So, und im Hintergrund könnt ihr schon das Avalanche Launchpad sehen. Bitte nicht verwechseln mit AVAX. Avalanche Xaver ist der Token vom Launchpad. Nicht verwechseln mit AVAX. AVAX ist die Blockchain, auf der das Launchpad läuft. Um am Launchpad teilzunehmen, muss man den Xaver-Token staken. Das schauen wir uns dann gleich genauer an. Aber die Währung bei den Pre-Sales und dem Fund, den man hinterlegt auf der Webseite, ist in AVAX. AVAX ist jetzt vielleicht am Anfang ein bisschen verwirrend, aber ich zeige es dann auf der Seite ganz genau her. Dann kennt sich dann auch jeder aus. Also, wir schauen uns jetzt mal an, wie das Ganze aufgebaut ist. Da es ein Launchpad ist, muss man einen KYC-Prozess durchführen. Das muss euch auch bewusst sein. Ihr könnt hier nicht anonym teilnehmen. Nachdem das KYC durch ist, wird dann eure Identität mit eurer Wallet verknüpft. Das bedeutet, mit eurer Adresse, die ihr im MetaMask benutzt. Dann könnt ihr eure Xaver staken. Also, erstens kriegt ihr Staking Rewards. Das schauen wir uns dann gleich ganz genau an. Und dann bekommt ihr auch noch die Rechte, dass ihr bei diesen Sales und bei diesen Airdrops teilnehmen könnt. Je mehr Xaver ihr gestaked habt, desto höher sind auch die Rechte, also die Anteile, die ihr am Airdrop bekommt, und auch die Limits, die ihr beim Presale habt. Also, wie viel ihr dann von dem jeweiligen Token kaufen könnt. Aber bevor ihr euch registrieren könnt, um an diesen Sales und Airdrops teilzunehmen, müsst ihr mal Xaver staken. Ihr habt vorher gerade gesehen, wir haben 9,52 Xaver im Stake. Das heißt, hier kann man die Xaver staken. Hier sieht man auch, wie viel man geöhrt hat. Man kann auch Compound-Modus einschalten, dass immer der Staking Reward wieder gestaked wird. Man muss sich das halt anschauen, ob sich das überhaupt auszahlt mit den Gas-Fees. Hier kannst du dann auch gleich die Xavers wieder aus dem Stake holen. Das heißt, wenn wir jetzt die Xaver nicht mehr staken wollen und sie zum Beispiel wieder in Avax zurücktauschen wollen oder in einen anderen Token, wo wir gerade eine Chance sehen, können wir die Xaver hier wieder rausholen. Halt während ein Tokensee läuft, sind die gesperrt. Das muss einem auch klar sein. Und hier unten sieht man auch, wie viel Xaver über der Zeit gestaked worden sind. Wenn wir auf den 7-Tages-Chart gehen, sehen wir momentan, werden wieder welche aus dem Stake rausgenommen. Aber diese Wellen sind immer wieder mal da. Natürlich, wenn ein Tokensee kommt, kaufen die Leute wieder Xaver, um sie zu staken, um am Tokensee teilzunehmen. Und wenn der vorbei ist, dann verkaufen einige auch wieder ihre Xaver. Ja, und hier sieht man die Completed Saves. Das ist eher eine sehr lange Liste. Wir schauen uns die Sales dann auch noch im Genaueren an und wie viel die dann für die einzelnen Teilnehmer rausgebracht haben. Aber jetzt mal zum letzten Airdrop. Das war nämlich der ISA Airdrop und an dem habe ich auch teilgenommen. So sieht das Ganze dann bei den einzelnen Projekten aus. Auf der rechten Seite hat man ein paar Infos. Am Anfang ist das ja leer, also da steht da 0% und hier hat man dann einen Knopf zum Registrieren und einen Knopf, um den Token zur Meta-Mask hinzuzufügen. Bei der Registrierung ist wichtig, da habt ihr hier unten dann drei Phasen. Es gibt immer nur eine begrenzte Zeit, wo man sich registrieren kann. Nicht vergessen, man braucht ein AVAX, den man dann hinterlegt als Pfand bei der Registrierung. Und dieser eine AVAX ist gesperrt, bis der Claim beginnt. Hier unten habt ihr dann auch immer noch ein paar Infos zu dem Projekt, die Webseite etc., was das Projekt vorhat. Wir schauen uns jetzt mal die Projekte im Überblick an und wie viel sie eingebracht haben. Hier sieht man jetzt alle Pre-Sales und Airdrops. Also hier ist der letzte, der war der ISA Airdrop. Wir haben hier immer den IDO Tokenpreis, also wie viel der Preis bei Herausgabe wert war. Hier war sein Airdrop, also könnte man auch 0 sagen. Hier sieht man dann den momentanen Preis, was er jetzt im Moment wert war. Und hier sieht man das All-Time-High und wie viel X das jetzt gebracht hat. Dann haben wir auch noch so Infos wie, wie viele Leute mitgemacht haben, wie viel geraced worden ist, wie viele Tokens verkauft worden sind, wann das Ganze geendet hat. Aber das ist für uns jetzt nicht so interessant. Wir schauen jetzt mal rein auf die Zahlen vom Ertrag und wie viele Leute da überhaupt mitgemacht haben. Und wir sehen beim ersten war jetzt noch nicht so viel los. Da waren gerade mal 3.259 Leute dabei. Der Token-Sale hat gestartet mit 0,011. Der momentane Preis ist 0,017. Also nicht viel höher als beim Start damals. Aber in der Zwischenzeit gab es halt auch ein All-Time-High. Wenn man es da verkauft hätte, hätte man halt am meisten rausgeholt. Aber die wenigsten schaffen es am Peak rauszuholen. Aber es war auf jeden Fall ein wenig an Gains möglich. Dann kommen wir zum Zweiten. Da haben schon fast 3-mal so viele Leute mitgemacht. Und da war der Start bei 0,04. Der Token ist jetzt fast das 10-fache Wert. Also das hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Dazwischen war das All-Time-High bei 1,84. Natürlich muss man auch bedenken, dass die Leute immer mit AVAX rein investieren. Und man muss sich dann auch dazu anschauen, hat sich der AVAX-Preis in dieser Zeit besser entwickelt als dieser Trade. Das muss man auch immer dabei bedenken, weil dann wäre es einfach besser gewesen, die AVAX zu halten. Das sollte man sich dazu eigentlich auch immer anschauen. Aber wenn man jetzt schnell in die Sales reingeht und auch schnell wieder rausgeht und hebst dir nur ein paar Tokens auf, falls sie wirklich moonen sozusagen. Dann kann man sich da glaube ich einiges mitnehmen. Als Backholder ist es halt schwierig. Da kommt es dann immer sehr stark aufs Projekt an. Bei Hurricaneswap zum Beispiel, wenn du jetzt gehodelt hättest und nicht schnell rein, schnell rausgegangen wärst, hätte es sich jetzt nicht ausgezahlt, weil da war der Start bei 0,03. Und da ist der momentane Preis bei 0,02. Aber in der Zwischenzeit hat er auch ein All-Time-High gehabt von 0,36 Cent. Also wenn man es in dieser Zeit verkauft hat und nicht ewig gehalten hat, dann hat man hier wahrscheinlich auch ein gutes Plus mitnehmen können. Bei Rokofinance, da schaut es gut aus. Hättest du jetzt gehodelt von 0,12 Cent auf 0,99 Cent momentan. Und ja gut, das All-Time-High war bei 6 Dollar. Also wäre es auch da besser gewesen, in der Zwischenzeit zu verkaufen. Rokofinance mit 0,08 jetzt bei 0,05. Also das wäre nicht so der Hit gewesen. Obwohl auch ein All-Time-High da war, wenn man den richtigen Zeitpunkt erwischt hat, hat man es auch ums Zehnfache verkaufen können. Dann Krabada, da hat mir ein Freund davon erzählt. Damals, ich habe mir damals gedacht, was ein Krabbenspiel. Da investiere ich nichts rein. Und er hat da ein bisschen was reingemacht und auch gut Gains mitgenommen. Da war der Start fast mit 2 Cent. Also nicht ganz, 1,8 Cent. Und jetzt im Moment ist der Coin 73 Cent wert. Und in der Zwischenzeit war er aber auch schon auf einem High von fast 3 Dollar. Und wenn man sich diesen Return anschaut, wenn man es wirklich geschafft hat, beim Top die Tokens zu verkaufen, dann hat sich das auf jeden Fall richtig ausgezahlt. Ja, bei Tailcraft sehen wir es auch. 0,28 jetzt im Moment. 0,99 wert. Also der hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. All-Time-High war bei 16,6 Dollar. Aber das wird wahrscheinlich nur ein kurzes All-Time-High gewesen sein. Müsste man sich jetzt dann im Chart genauer anschauen. Dann Colony mit 0,3. Jetzt 0,881. Mit einem All-Time-High von 2,77. Platypus mit 0,1. 1,39 im Moment wert. Also das waren auch super Gains. Mit einem All-Time-High von 2,89. Dann Imperium Empires mit 0,0045. Jetzt bei 2 Cent und ein bisschen was. Also auch ein bisschen an Gains möglich. Das All-Time-High war auch schon doppelt so hoch. Ja, und bei Isada, wo ich mitgemacht habe, bis jetzt der schlechte Return on Investment. Aber man muss auch dazu sagen, man hat die Tokens gratis bekommen. Ja, also man kann sich da nicht aufregen. Man hat einen Airdrop bekommen und hat den dann einfach verkauft und Geld. Also wir haben es außerdem nur zum Testen mal gemacht. Ich zeige euch jetzt gleich, wie das Ganze dann aussieht. Und jetzt seht ihr das hier für Isar. Ihr könnt hier dann auf den Knopf drücken und abchecken, wie viele Tokens ihr berechtigt seid zu claimen. Also 500 Tokens konnten wir im ersten Airdrop jetzt claimen. Wir haben sogar ein bisschen mehr rausholen können, als was der Token jetzt wert ist. Bei diesem Airdrop hat man aber dann auch noch Xaver bekommen. Also 0,1667 Xaver haben wir dann bekommen. Und wir haben unseren 1-Avax-Pand wieder zurückbekommen. Den bekommt man auch immer wieder zurück. Man muss ihn aber claimen. Ja, bei manchen Airdrops gibt es dann auch noch mehrere Runden. Das sieht man jetzt hier oben. Das heißt, es gibt ein Westing 2. Da können wir dann nochmal 125 Tokens claimen. Oder ein Westing 3. Da können wir auch nochmal 125 Tokens claimen. Bei den Summen, die man jetzt hier sieht, denkt man sich, zahlt sich das überhaupt aus? Aber ihr müsst bedenken, wir hatten auch nur 60 Dollar an Xaver gestaked. Und natürlich, wenn man jetzt 600, 6000, 60.000 investieren würde, wären dann natürlich auch andere Zahlen. Nach dem Airdrop habe ich mir gedacht, beim nächsten Token-Sale, wo das Projekt dahinter ein bisschen stärker ist, als jetzt Isar zum Beispiel, da werde ich mal ein bisschen mutiger sein und mal ein bisschen mehr reingehen. Wenn ihr das sehen wollt, dann schreibt es mir in die Kommentare oder lasst ein Like da, dann weiß ich Bescheid. Dann machen wir noch ein Video, das live mache, wo ich dann die Tokens verkaufe etc. Wo wir dann genau das ausrechnen können. Ja, und das war auch schon das Avalanche Launchpad. Viel gibt es nicht zu wissen. Ich fasse es nochmal kurz zusammen. Es ist ein Launchpad, wo man an Pre-Sales teilnehmen kann und an Airdrops. Um daran teilzunehmen, muss man KYC durchführen, es mit seiner Wallet verknüpfen, Xaver Staken und dann brauchst du auch für den Sale dann AVAX erstens einen als Pfand zum Hinterlegen und wenn du dir dann Tokens kaufen willst, brauchst du halt dann auch noch ein paar AVAX. Außer es ist halt ein Airdrop, da brauchst du nur einen AVAX als Pfand und dann kannst du deinen Airdrop claimen. Den einen AVAX kriegst du in beiden Fällen dann wieder zurück. Nicht vergessen beim Pre-Sale, wenn du dann Tokens kaufst für die AVAX, die AVAX kriegt ihr nicht zurück, kauft ihr ja dann wirklich Tokens darum. Nur der eine AVAX, den ihr als Pfand hinterlegt habt und die Xaver, die ihr gestaked habt, die könnt ihr dann wieder claimen. Ja, und wie bekommt man überhaupt so einen Token Sale dann mit, dass der überhaupt stattfindet? Und da könnt ihr ganz runter auf die Seite scrollen, da findet ihr nämlich den Alert, da tragt ihr eure E-Mail-Adresse ein und sobald ein neuer Tokensale da ist, bekommt ihr eine E-Mail mit ein paar Details zum Projekt, wann das Ganze startet. Ist auf jeden Fall sehr praktisch, um nichts zu verpassen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, hat euch so ein bisschen weitergeholfen. Wie gesagt, wenn ihr wollt, dass wir nochmal ein Video dazu machen, zu so einem Tokensale oder zu einem Airdrop, dann schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich wünsche euch noch einen ruhigen Abend, bleibt gesund und wir sehen uns im nächsten Video.